Die schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien, die beschäftigen uns auch in dieser Woche und es gibt viele Hilfsorganisationen, die Spenden sammeln, aber auch der SV Waldhof Mannheim hat dazu aufgerufen. Der Waldhof selbst hat nämlich Mitglieder beziehungsweise Vereinsangehörige, die selbst Menschen vor Ort in der Türkei verloren haben, Verwandte und Freunde. Deshalb ruft der SV Waldhof zum Spenden auf. Sachspenden haben sie fleißig gesammelt. Das ist aber gar nicht so einfach, die in die Türkei zu bekommen, denn das Konsulat und das Zollamt, die sind da ein bisschen tricky im Umgang. Und der Stadionmanager des SV Waldhof, der ist auch gleichzeitig der Koordinator für die Sachspenden, die nämlich mittlerweile im Eventcenter gesammelt werden. Das ist quasi zu einem Logistikzentrum geworden. Lydia Gleich hat mit ihm gesprochen. Herr Karinka, welche Hürden gibt es denn bei der aktuellen Spendenaktion zu überwinden? Aktuell gibt es zu viele Hürden. Die Konsulate beziehungsweise die türkische Regierung hat eine To-do-Liste. Wir müssen alle Klamotten, Materialien separieren, in Kartons abkleben, nummerieren, wiegen und erst dann muss eine komplette Liste ans Konsulat, die müssen das freigeben und dann erst kann der Lkw oder der Flieger oder womit auch immer transportiert wird, am Zoll die Freigabe erteilt werden und dann erst können sie ins Inland. Ich habe mir sagen lassen, Sie stammen selbst ursprünglich aus dem Erdbebengebiet. Wie ergriffen sind Sie denn von der Spendenbereitschaft der Menschen? Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Aufruf vom SV Waldhof und den ganzen Fans und auch Nicht-Fans, die gekommen sind, war ich zwischenzeitlich den Tränen nah, wenn eine Familie kommt mit drei PKWs, voll mit Babynahrung und Windeln und so weiter. Und ich sage, habt ihr ein Lager oder woher kommt das ganze Zeug? Und die sagen, nö, wir waren gerade mit Rewe und haben alles eingekauft. Es ist nicht geklaut oder irgendwo verschwunden. Hier hast du den Quittungsbeleg. Die Leute sind einfach mal raus und haben 500 Euro ausgegeben, um einfach die Menschen dort zu unterstützen. Wow. Das ist sensationell. Wow. Was passiert denn jetzt mit den Spenden? Also, so funktioniert das. Der Waldhof hat den Aufruf begonnen. Ein Teil ist ins Stadion geriefert worden, an die Geschäftsstelle. Wir haben aber sehr schnell gemerkt, direkt nach dem zweiten Tag, so viel Kapazität haben wir gar nicht, das zu lagern. Da ich mit meiner Schwester noch ein Familienunternehmen gründe, das ist das Eventcenter in Mannheim in der Industriestraße, haben wir dann besprochen, dass wir jetzt das ganze Lager in die Industriestraße verlegen, sodass auch alle anderen, die spendenbereit sind, dorthin gehen können. Und seitdem läuft es, dass entweder ein Stadion, Ware kommt oder direkt ins Eventcenter. Als letztes ist noch ein Kulturverein jetzt mit hineingestiegen. Die machen nämlich den ganzen Papierkram mit dem Konsulat. Die sind da einfach viel mehr involviert über die Jahrzehnte mit ihrer Arbeit, wie wir die entlasten uns auch. Herr Keringa, dann danke ich Ihnen erstmal sehr für das Gespräch und alles Gute weiterhin. Danke auch.